Alter, die Ketten, die sehen ja wirklich cool aus. Ja. Hi. Ja, das bin ich, kurz davor, all mein Stuff im Void zu verlieren. Das Besondere an dieser Minecraft Welt ist, dass die ganze Welt aus fliegenden Inseln besteht. Und da unser letzter Minecraft Speedrun schon ein bisschen her ist, dachten wir, es wäre mal wieder Zeit, Minecraft durchzuspielen. Ob wir komplett versagen werden oder vielleicht ein bisschen Glück haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ich bin gerade Encrypting und Joining. Ach du Scheiße. Wie alle spawnen. Ja, wie sollen wir denn, okay wir müssen erstmal, das ist direkt Lava, wir müssen erstmal direkt, ach du Kacke, da sind vor allem Mobs, das ist voll für'n Arsch. Okay warte ich starte einfach den Kack-Timer, let's go. Das, das ist ja Art für'n Arsch, Alter. Wir müssen eine Treppe nach oben bauen. Ja, ich glaube, actually ist es besser, wenn wir erst nach oben gehen. Ja. Das ist sogar Eisen, weil die da unten fetzen, dann ist es instant. Dann müssen wir schon oben? Ähm, ja. Braut er doch einfach nicht. Die Möbel sind gegenseitig, die Zombies. Ich will nicht die Hauptsache mich blocken, Alter. Hahaha. Ach du Scheiße. Komm ich hier rüber? Ich, Alter, ist das... Ich hab'n Dorf auf jeden Fall. Komm mal nach Süden, bis ich mich da rüber gebaut hab und dann müsst ihr in Richtung Westen und dann ist das Dorf. Weiß ich. Okay, ja, ich mach' mal Lavasee, ne? Ich hab'n Schadier geschrieben, wo. Scheiße, wie ging das nochmal, Alter? So, 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 so. Boom, 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 boom. Boom, Junge. Okay, hat wer Flinten-Stil. Leute, wir gehen da jetzt rein, oder was? Alter, wie schnell es lädt, Junge. Oha. Oha. Okay, Crimson. Ist ja gar nicht mal mehr so scheiße. Ich meine, hier sind... Ja, komm. Okay, lass mal... Machen wir jetzt. Oh, mein Scheißgott, Alter. Heilige Scheiße, bin ich schlecht. Ich hörte dich auf jeden Fall. Alter, fuck. Was ist denn mein Staff eingesammelt? Oha, ich hab'n reingesammelt. Du int. Okay, dankeschön. Für die Hilfe. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Also, ich bin echt ganz woanders. Ihr könnt... Theoretisch doch ganz in die andere Richtung, glaube ich. Aber ich... Best schon, best schon, best schon, Jakob, Jakob, best schon. Okay, warte, wir müssen auf die Brutes aufpassen, ganz besonders. Niggi, du bist du, was? Ach, die mit der Axt drin. Okay, du bist du, was? Aber ich... Ja, die mit der Axt. Ach, da kommt schon ein Schweinemann, beeil dich. Oh, das ist ne große... Oh, das ist ne große... Oh, das ist ne große heilige Scheiße. Da kann Netherite sein, ne? Okay. Ich hab zwei Goldblöcke auf jeden Fall schon mal. Okay, der Bray hat nicht mal mehr bemerkt, dass er was abgebaut hat. Ich hab leider keinen Hopper. Oh mein Gott! Brauchst du keinen Hopper? Oh mein Gott! Heilige Scheiße! So, ich bin so ein fucking Pfeife. Warte, ich bin so ein fucking Pfeife. Ja, ich hab ein ganzes stuff. Ich geh schon auf den Scheibdauer, Pfeifen. Oh... Hab ihr denn, weil, Jungs? What the fuck! Ich wollt mich einbauen, dann ist Video und dann hab ich geblockt und dann... Da bin ich Dreck Haben die noch Gold oder haben die sich schon alles vertradelt? Nein Kein Gold mehr ne? Geht relativ schnell eigentlich Äh Benne, 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 Benne Ja Wo bist du? Ich war noch hier Okay Jungs dann lass raus Lass Blazes Lass raus gehen, Essen farmen, dann Blazes suchen Ja Soll ich schon mal währenddessen schon mal Festung suchen und dann zeig ich euch kurz den Atem Wo spawnen wir Digger? Oh, neben dem Spawn, Junge Hey, neben dem Dorf meine ich nicht spawnen Alter, man muss so hart aufpassen Oh mein Gott, Nick, ich hab richtig Bock auf ne Cave Tour Warum? Verhältnissen dahinten sind ganz viele Ketten Ob wir hier ne Cave Tour machen, ich bin im Nether, ohne euch Ja, ich sterbe halt jetzt kurz Boah, das sieht so cool aus, da will ich hin Komm mal mit, Benne Ich treff doch Siehst du mich noch? Na ja, du hast genau neben dem Dampel Sorry Du bist weg, man Alter Alter, die Ketten, die sehen ja wirklich cool aus Ja Nein Oh Ich bin da für den Anteil Tut mir leid, ich hab gedacht, da gehts weiter Ich Ich Jawoll Boom Boom Oh 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 Der ist wieder böse auf mich. Was ist denn mit dem? Wie geht ihr Idiot? Der ist vor allem frisch gespawnt. Der ist frisch gespawnt. Wo rennt dahin, Digga? Ich glaube, der rennt gerade zum Spawn. Ich habe einen Lohn spawnt. Ich habe schon drei Lohn und ich habe einen Lohnrouten-Ding und ich habe einen Spawner eingebaut. Und nur noch Pearls. Pearls haben... Wait. Wait, 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 wait. Wait, habe ich die Per... Hast du? Ich hatte dem jedenfalls, Niki mich gekillt hat. Vielleicht soll ich mal Fire Resil... Ich komme, ich gehe noch mal kurz durch Portalen und hole. Alles hat brand. Alles hat brand, was ich hatte. Wie hast du das jetzt geschafft? So, Bender, wo bist du? Ich bin bei 100 minus 400. Aber da ist halt nicht die Festung. Oh, wo waren die Bessischen? Aber nicht in die Flanereien, oder? Ich korrigiere mich. Hier ist die Festung. Ich höre Lohn. Ganz mies. Ich sehe Lohn. Ich bin links rumgelaufen. Ich bin durch. Egal. Wo ist links rum? Ich habe mich an der Seite in so einem Turm hochgebaut, um nach oben zu kommen. Dann bin ich hinten runtergelaufen. Aber auch, weil ich schon geplant habe wegen Lava. Weil ich mich nicht hochgebaut habe, dann kam Lava auf mich zu. Dann bin ich gepanickt, runtergelaufen, rückwärts. Also halt ohne, dass wir gucken, was kommt, und dann bin ich runtergelaufen. Okay, Jungs, ich habe acht Rods. Ich habe den Spawner abgebaut. Ich habe die dritte Ender Perle. Wieso brauchen wir die? Wollen wir holen? Die kriegen aber auch die. Zwölf, würde ich holen. Zwölf oder elf. Oh, ich habe ihn. Okay, warte. Ich muss hier nochmal ein Eisenschwert vielleicht craften. Ach, ne, ich hau den Prank einfach nicht. Ja, ich habe einen. Oh, mein Gott. Jungs, vonseite, ich weiß nicht, wie es zurückgeht. Okay, Bene, werfen, sagt die Richtung an. Okay, warte. Ich stelle mich schön hier hoch. Ich stelle mich auf den Penis des Vertrauens. Ja, ob wir den Stärkebogen haben, oder? Südwest. Let's go. Ich habe noch ein Schild. Ach, du Scheiße, ich habe wieder lang. Oh, mein Gott. Warte, soll ich nochmal werfen? Vielleicht müssen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Ich stelle mich mal aber sicher hin. Ja, wir müssen straight. Südwest. Ich hole Blöcke. Ich gebe dir, warte, Heki hier, guck. Oh Gott. Junge. Alles, was ich das ausgemessen habe. Hallo, Bene. Hallo. Ich dachte, kurz. Oh, bitte auch. Ich kriege Paranoia. Ja, auch in die Gehose. Da ist er, da ist er, das 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 ist er, der ist auch so ein Blöcken, Blöcke mäßig. Ähm, da. Werder und ich suchen schon mal den Stronghold, also den einen, den, 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 den Eingang. Oh mein Gott. Dann such mal den Stronghold. Ja, den Eingang halt. Oh, nee, nee, noch kommt da keins. Ich habe keine Blöcke, ne? Mach aber, mach gescheit. Er ist eins, er ist aber wirklich eins. Okay, okay, save. Lol, what the fuck? Ist hier direkt? Was, ist das gerade wo gesagt? Ach, das ist Jakob. Mit wem habe ich mich denn gerade hier rüber gebaut? Mit mir. Mit mir. Ist das eigentlich, ich habe es tatsächlich immer auf Englisch gestellt. Ach, du Scheiße. Hier ist eine fucking Schlucht. Ich würde gerne wissen, wo der Denportal ist. Das suchen wir auch noch, stimmt. Ach, echt? Wenn Sie das achten, Sie mir was besuchen. Ich weiß nicht, was du suchst. Loot. Da hat mir doch einer vor einem Eisspital gefunden, oder? Oh Gott. Hallo da. Nee, oder? Ich weiß nicht, wie zum Fick ich gerade den MLG verkackt habe. Ich kann nicht auf Staffan wieder herlaufen. Da könnt ihr meine Sachen saveen, ganz unten in der Schlucht. Digga, das ist ja voll gucken. Och, nö. Läuft auch wieder. Ich bin alleine hier. Ich bin bei unserem alten Spawn. Du hast du recht. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist ein Axolotl, Digga. Ich habe wirklich keine Pfeile. Das ist ein anderer bei dir an der Kiste drin. Das ist ein dicke Stoff. Ach, sag bloß, Digga. Wie sind hier so viele Viecher? Das ist mein Arsch, Alter. Da ist ein Creeper in meinem Bett. Ah, Jakob, Jakob, Jakob. Jakob, Hilfe. Ach Gott, sind hier viele Monster. Ich habe kein Schild. Ich werde vergewaltigt. Bitte nicht. Das Bett steht noch. Das Bett steht noch. Das Bett, oh Gott. Oh, ich lebe. Ich kann uns nicht leisten, noch einen Niggi-Stuff zu verlieren, ne? Ach so, Niggi-Stuff liegt jetzt irgendwo rum. Tut mir leid, Jungs. Ich bin gerade... Ich bin gerade mein eigenes Staff am wiedergefunden sein. Fresca Rotten Flash. Ich bin tot. Das gefühl, ich weiß, was es ist. Das ist nämlich oft, Action. Das Problem ist, wir brauchen unbedingt, wenn es da war, die Ender-Augen drin sind. Die Ender-Augen habe ich extra im Inventil in der Kiste. Ja, die waren in der Kiste. Okay, in der Kiste ist nur noch Schmutz drin. Du blöder... Was willst du eigentlich von mir? Ja, geh da hinten in dein Scheißloch, du Affe. Ich weiß nicht, wo ich hingegangen bin. Ich war irgendwo am... Ich hab's gefunden, aber entweder ist alles in die Luft geflogen, oder... Was? War's mein Staff? Ne, Hexe, Digga. Ne, Hexe. Verfiss. Creeper. Oh mein Gott. Deine Bitte, lass mein Staff nicht upload. Ich brauch Items. Weiß auch nicht, wo es war. Ne, halt einfach nicht. Ich helfe nicht so gut. Mann! Der Creeper will nicht weggehen und ich bin denn mit einem halben Herz an der Klippe! Blöder... Jetzt ist auch noch mein Rest verloren gegangen. Mann! Ich geh... Ach ja! Ich kann da nichts machen, da waren so viele... Da waren so viele... Da waren so viele Mops. Warum sind hier so viele Mops? Ich hab sogar auf Bett gelegt, ich bin aus dem Dorf gefahren. Oh Gott! Ja, ich glaub, es ist einfach jetzt alles vorbei, Digga. Es ist einfach alles vorbei. Da oben ist so sad. Hier hab ich mich weiter gebaut. Ja, genau. Bin auf ne heißen Spur. Oh mein Gott, hier hab er laut. Ausgedribbelt. Für den Staff oder für den... Für den Staff? Für den Staff. Ich hab Niki Staff. Für den Staff oder für den Staff? Niki Staff. Ich hab den... Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich... Ich sperr mich ein. Ich baue mich ein, Digga. Ficken. Mach alles zu hier. Brauchst du... Warte, kill mich. Kill mich. Killen? Kill mich. Essen? Bogen? Hast du Pfeile für mich? Ja, ich hab alles. Kill mich. Ach du Scheiße, hast du viel. Gott sind hier viel. Gott sind hier viel Sachen. Okay. Okay, Jungs. Die Kiste und das Bett dürfen nicht in die Luft fliegen. Warte, ich lass mich... Wait. Warte, ich pull die Creeper zu mir und lass sie in die Luft fliegen. Ach du Scheiße! Ich bin instant... Ich bin instant tot. Ich bin for real... Äh, das Bett ist... Das Bett ist kaputt. Das Bett ist kaputt und ich hab zwei Herzen. Hier sind wir hergekommen, Benne. Also ich zumindest. Ja. Ja doch, ich auch. Aua. Ja und jetzt sind wir hier oben. Hier war ich auch schon mal. Ja und da ist das Portal. Watch. Watch, watch, watch. Warte, wo ist man... Was ist denn mit ihm, Dinger? Der hat meinen Kürbis. Ich will den Kürbis. Geil. Du, pass auf wo das Portal ist. Was ist das Scheiße, Dinger? Jetzt ist es für nichts nicht mehr. Ich find dieses Huren so ein Portal nicht mehr. Das war grad die ganze Zeit neben mir. Ich bin die ganze Zeit hingelaufen. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Guck mal, da unten ist Niki. Lass mal zu Niki rein. Wer findet das Portal nicht mehr. Das ist nur so ein Portal verloren. Habt ihr eigentlich meinen Staff? Nein. Wir haben gar nichts. Wir haben nur noch Niki sein Staff. Dinger, zieh dich ab. Wo bist du? Ja, das will ich grad eben binden, dich da nicht rein, Jungs. Hör ich euch ehrlich. Hier? Wir stellen einfach nur hier gerade aus. Et voilà, da ist es. Baut das Scheiß Spawn ab, Dinger. Die Scheiß misset. Alter. Jungs, jeder von euch ne Enderperle? Da. Da. Wir müssen mal weggehen hier. Sonst klicke ich aus Versehen noch das Ding an. Seid ihr bereit? Ja, mach gut. Ja, mach gut. 3, 2, 1, go. Okay. Oh Gott. Ich bin im Nibala. Wo bin ich? Okay, Niki Bau. Digga, nach 3 Stunden sind wir im End. Ich fasste es nicht. Was ist denn jetzt passiert? Hast du den angeguckt? Ich ne, ne. Ich bin tot. Egal, ich hab ne Enderperle und ne Wasserheimer. Perl. Perl. Enderperle und ne Wasserheimer. Loll. Wie gut. Was ist das für Quack? Was war das? Ich glaub ich kann jetzt spielen. Jawohl, ich hab's geschafft. Danke halt. Ich würd schon sagen. Nice. Nice. Einer noch mal. Der hier oben glaub ich. Oder? Ja, da oben ist einer. Der da? Hier? Ja. 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 Da oben auch noch. Aui. Hab ich? Haben wir alle? Hast du's? Ich glaub schon. Ich möcht dich nicht abschie- Was mach ich jetzt? Ich will mitmachen. Hab ich deinen Arsch gerettet? Hoffst du mal? Ich hab auch gehört. Äh, Wasser geflatet, actually. Naja, ist weg losgefallen. Ist Fly am Bienen gewesen, der Arsch. Okay, wenn er ich existier' wieder. Geil. Junge, die sind so sauer auf den. Ah, die sind auf mich sauer. Haha. Du darfst halt nur keinen Ansch- Schauen. Geil. Lauf in die falsche Richtung. Hahaha. Oh, ich war ihm schon seit 3 Minuten. Du Arschdrache, Alter. Was bilden der da oben? Egal, ich kann Pfeile spammen. Ich hab noch einen Stack. Ja, haben wir lieber auf seinen Schwanz, oder? Weil der Kopf ist zu risky, oder? Der Schweine ist nicht so an und dann auf Kopf noch. Ja, MLG. Nein, ich mein' wenn du von unten. Von in dem Ding. Kannst du auf den Kopf bauen. Oh. Oh, Niki. Ja. Oh mein Gott, Alter. Einige Scheiße. Ja. Soll ich dir weg rein? Jetzt N-City. Ja, auf mich warten, brauch dir nicht. Oh, Jungs, das ist laut. Oh. Jo, war alles close. Da waren die wie das Brad XP. Oha. Geil, Mann. Ich bin Level 50. Dann würde ich sagen, hüpfen wir jetzt rein und beenden, da beende ich den Timer, ne? Sobald ich reinjump. Bitte Niki nicht. Oh, du ist auch live. Ups. Oh mein Gott. Oh, Junge. 2 Stunden, 11 Minuten und 31 Sekunden. Du in. Haha. What? Da.